Willkommen beim Animus-Orientierungsprotokoll. Ich werde dich in die Grundlagen des Animus einführen. Dein Avatar wurde aktiviert. Wo willst du mich hinten einführen? Die kleinen Wikesers. Was macht er da unten, hm? Okay, ich nehme natürlich hier meinen guten Gerückstock, ja. Ich darf hier nicht auffallen. Ich bin hier ganz gebrechlich. Boah, geil, let's go. Du musst einen Weg finden, um unbemerkt durch die Bibliothek zu kommen. Warum hast du es so eilig? Was, ich hab's gar nicht eilig? Dann hast du also dein ganzes Geld verprasst. Theorie, du deckst gerade mit Tanzverbot. Ich bin pleite. Da muss ich durch, oder was? Okay, okay, okay. Woher kommt denn dieses Geräusch? Hm, ich weiß auch nicht. Geh mal lieber schnell gucken. Ja, das ist ein ganz wichtiges Geräusch. Du guckst, da ist bestimmt jemand. Du bist mein erster... Nein, da. Jo, macht nicht so laute Geräusche. Oh, da draußen lunst jemand auf dem Boot. Hier ist irgendwo mein Schwert, oder was? Oh, Schatz. Den kann ich doch mitnehmen, oder nicht? Wieso hat denn so einer Schublade eigentlich nur ein so ein Ding drin? Wieso hat er da nicht mehr Zeug dran? Hier sind die Schublade, wieso ist die alle so leh? Ist ja etwa arm. Oh, da draußen lunzen sie alle. Guckt sie euch an, die kleinen Rieners. Oh, da vorne. Da ist es. Oh. Mein Yatar. Welch elegante Kling. Oh ja, das schwingt sich schon. Liegt ganz gut nach und ja. Du kannst dein Schwert in die Scheide stecken und von dort wieder ziehen. Danke für das Infospiel. Oh. Klassik. Bam. Secret. Steckt der Tür. Ach, endlich kann ich hier raus. Safe. Muss ich hier noch irgendwie kämpfen, oder so? Guck mal, dieser Flur ist verdächtig, ruhig und leer stehend. Oh. Oh. Hier ist keiner. Ich glaube, ich muss gegen den kämpfen. Du bist weg, Hacke, Bro. Du bist echt kacke im Kämpfen, Bro. Du bist tot. So, aber das hielt es einfach hier noch. Warte auf den richtigen Moment. Oh. Leistungsbewertung akzeptabel. Was für akzeptabel? Was ist? Hast du Angst zu kämpfen? Nee, ich langweilte mich hier beim Kämpfen gerade, muss ich sagen. Oh mein Gott, jetzt muss ich sie alle töten. Der Weg voraus wird bewahrt. Aber es wird unabhängig. Guck, geht da gucken, da ist was. Ja, nee, da sind voll böse Bengel da hinten. Muss ohnehin gucken. Oh. Hier ist keiner. Keiner ist hier. Hier ist keiner. Kannst wieder gehen. Ah, kacke. Ja, okay, okay. Das dauert mir ein bisschen zu lang. Kannst du mal ein bisschen ruhiger taumeln. Du bist tot. Ah, kacke. So, aber das hielt es einfach. Wie viel Leben hat der Typ? Ach, ich kann Löffler angreifen. Scheiße. Jetzt habe ich die ganze Zeit diesen roten Giz im Gesicht. Ich glaube, ich muss da hoch, die Leiter. Okay, komm, wir kämpfen ein bisschen. Ach so, du bleibst noch da entlang. Oh mein Gott, das war dich nicht sauer. Hä, wie hat der denn das gemacht? So, war das viel zu einfach. Du kleiner Weixer. Jo. Lass mal sehen, was du kannst. Kleine Arena. Ja. Oh, 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 oh. Wo ist das, guy? Let's go. Big Parkour Gaming. Oh, come on, hier. Fire. Oh, Ubisoft. Presents. Assassin's Creed Nexus VR. Willkommen daheim, Maestro Ezio. Mach mal auf hier den All. Oh yeah. Oh, ich will auch ein bisschen hier gucken und so. Hier sind ja überall krasse Sachen. Kann ich hier auch einfach random Leute abstechen? Oh mein Gott, ich kann hier beide die gesamte Map einfach lunzen. Neu im Sortiment, zieh es dir an. Bro, das sieht ultra scheiße aus, tut mir wirklich leid. Also damit wird es so, es wird keiner kaufen. Das muss man doch einfach lieben. Die laufen gar nicht auf der Treppe, die schweben. Äh, sie sind hier gegen mich gelaufen, ne Junge. Das ist krank. Digga, der stöhnt ja richtig pervers. Boah, Digga, wie geil es hier ist, diese Aussichten, diese Felder. Oh nein, da oben muss ich hin. Oh! 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 Da vorne hin. Digga, ich bin jetzt den ganzen Weg hier hingelaufen. Es ist ja gar nicht so weit. Okay. Ja! Gar kein Problem. Ja! Hm! Hm! Big Parkour Action! Huah! Parkour! Let's go! Oh! 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 Ich hab's ihm voll im Arsch getroffen. Weiß gar nicht, wie der noch laufen kann überhaupt. Dann geh ich da mal rein. Wenn einer dieser Teile, sagen wir, unerwartet einstürzen würde. Dann müsste Signora Claudia uns dahin schicken, wo unsere Talente gebraucht werden, nicht wahr? Aha. Ihr Kleinen Renus, wollt ihr mit Absicht Sachen kaputt machen, damit ihr sie da reparieren könnt? Damit ihr zu den Stellen hinkommt, wo ihr sonst nicht hin dürft, ihr dreckigen Wieners. Boah, ich würde hier so gerne einfach das Schwert nehmen und irgendwie einfach abstechen. Ich hätte so Bock darauf. Aber Maestra, wenn ihr uns nur auf den Dachboden lasst, wir... Nein, wie oft muss ich es noch wiederholen? So, das gerade wurde nicht mehr aufgenommen. Ich muss hier gerade die Sorites lösen, hier so Secret öffnen und jetzt soll ich zur Alten zurückgehen. Was das genau ist, was ich auch schon wieder vergessen habe. Also gehen wir mal zurück jetzt hier. Aha, dann gehe ich... Oh, nein. Oh, mich hat ja fast gar nichts getroffen. Nun zeigen diese Arbeiter ihr wahres Gesicht. Tja, jetzt werde ich dir erstmal an der Abstechen. Let's go. Vorsichtig hier weiter durch den Lüch. Aha, clean. Oh. Meine Feindnisse wurden auf Widerstand gestoßen. Oh, was ist da passiert? Oh, nein. Oha, was geht hier ab? Oh, mein Gott. Alter, yo. Was lohnt es dir so? Töte alle Gegner. Ach so. Da brauche ich auch nichts mit Geschleiche tun. Dann stürme ich einfach rein. Ach, ich kann mich auch anschleichen, die einfach so killen. Oh, fuck. Was habe ich jetzt gemacht? Achtung, Leute. Jetzt kommt hier richtig professionelles Killgaming. Oh, fuck. Was geht an? Ja! Du Hund! Oh, da ist auch einer. Warte mal. Ich gucke mal, ob ich den so killen kann. Da vorne ist direkt der Nächste. Oh, ich bumm's dir alle so hart, ne? Ach, ja. Schön in den Hinterkopf. Kehre zu Claudias. Okay, jetzt muss ich zu der Alten wieder gehen. Ezio, hierher. Ja, ja, ich komm, ja. Oh. Hier fallen auch schon Sachen runter. Oh, was ist denn jetzt auf einmal? Haben wir es so eilig? Hä? What the fuck? Ist alles klar? Mir gefällt das nicht, dass du größer bist als ich. Mach ich jetzt mal Secret hier auf. Solltest du eigentlich wissen, dass das nicht wirklich ein gutes Versteck ist. Ja, okay, dann mal dunzen. Oh. Das Gebiet hier ist richtig gefährlich. Okay, dann gucke ich mal, dass ich hier nicht so auffällig unterwegs bin. Ich höre sie schon in der Ferne. Oh. Ja, gib mal bitte alle weg. Das sind mir ein bisschen so viele. Oh, das ist jetzt schon ein Big Fight. Peach. Oh, kacke. Oh, kacke. So, das hielt es einfach. Ich habe den Zug gehalten. Fuck. Oh, nein. Ich sehe schon ein Rätsel-App. Nein. Nein, bitte lass mich in Ruhe. Was haben wir hier? Oh, ein Stil ist. Oh, nötiger sind wir jetzt hier bei Hello Neighbor. Oh, nötiger. Komm. Dicke, lass mich doch da drauf, Mann. Da, der hat den Schlüssel in der Hand. Brr. Oh, der ist aber nicht im Schlüssel auch. Oh, der ist aber ein bisschen daneben gegangen. Oh, Geld. Und noch irgendwas anderes. Oh, mein Gott. Ich habe das einfach nicht richtig gedreht. Ich muss mich beeilen. Sie können nicht weiter hin. Doch, in der Zeit, die ich hier rumgegammelt habe. Danke, meine Kanalmitglieder. Saftige Bananen, Knuff und Grandolos. Und danke an die Fresh Madanen. Schau dir jetzt dieses Video hier an, da sind wir richtig durchgedreht. Ja. 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 Ja.